Hallo ihr Lieben! In dieser Videoreihe möchte ich euch den Bau eines Elbenbogens demonstrieren. Dazu habe ich mir ein Rohling ausgesucht. Das ist ein Stück Feldahorn. Das ist ungefähr 1,70 cm lang insgesamt. Und ich habe schon die Form des Bogens darauf aufgezeichnet. So unter einem Elbenbogen konnte man ja einiges verstehen. Aber ich denke das Design des asyrisch-askitischen Bogens sehr gut dazu passt. Und daher habe ich diesen Design ausgesucht. Man konnte so einen Bogen dann mit ein paar Runen verzieren. Und das wird dann wunderschön aussehen wie ein Elbenbogen. So jedenfalls seht ihr schon mal den Form des Bogens aufgezeichnet auf das Rohling. Und ja, obwohl es mir so richtig in den Fingern juckt, jetzt das rauszuschlagen. Aber der Nachbar unter mir hat ein ein Monate altes Kind. Und ja, das bringe ich nicht über das Herz, den Kleinen wach zu machen, obwohl es mir in den Fingern juckt, daran weiterzuarbeiten. Aber gut, ich warte mal aufs trockene Wetter, damit ich es draußen machen kann. Und an den Tipps bringe ich dann diese Wildkirchen-Nocke an. Gut, die sind auch noch nicht ganz fertig. Aber werden wunderschön aussehen. Also ich wünsche mir gutes Gelingen und mal schauen, was da ausfährt. So, das war Ende Teil 1. In Teil 2 fangen wir an, den Bogen rauszuschlagen. So. 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 Bis zum nächsten Mal.